... mit dem Rettdienst, nur bei einem... Scheiße! ... Schilf! Schilf! Kein Nuller! ... Halt! ... Halt! Danke, Schatz! Jedenfalls, danke! Keine Null und es ist warm sein ... ... es ist ein richtig warmes Nuller! Warum hat ihn hier bei der Box die Szene gesehen? ... Fass ihn wieder, bitte! ... Nein! ... im nächsten Mal das Nuller will ... ... dein, äh ... ... Sitz! ... noch immer auf! Genau! Ja, aber es war ja nicht richtig ... ... ich wollte stehen! Und das hat sie ja noch nie gemacht! Ja, aber war großzügig! Ja, fand ich auch sehr großzügig! Ähm, bei einem Dienstmittel habe ich es total verdaut! Danke! Ja, und ich bin ... ... sechs! Ja, das kann ich gut mit links! Ja, siehste! Ja, aber der fitte Fehler war meiner ... ... und zwar sagt sie nach links ... ... und das, ich sag mal, das Anlaufen ... ... war schon schwierig für uns ... ... weil ich bin noch nie angelaufen ... ... und, äh ... ... dann sagt sie links ... ... und ich hätte einfach nur noch einen rechten ... ... aber ich bin sofort bei ihr links ... ... und sofort rein gehen ... ... und da hat sie keine Chance ... ... das hat sie aber gut gelöst ... ... weil, ähm ... ... sie hat sofort wieder angeflossen ... ... und heute, da hat sie auch ... ... und dann geht's ja auch ... ... und da ist das hier ... ... und dann geht's ... ... und da ist die Flügel ... ... auch mal eins wirklich! Herzlichen Glückwunsch! Schönen Glückwunsch! Die Stadt ist in der Nähe von der Stadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Vorwärts, los, nach links, nach rechts, nach rechts, nach links, kehrt, nach rechts, nach links, nach links, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, Ende der Übung. So, jetzt haben wir das Abrufen. Ich gehe dann hier hin. Die Übung beginnt. Kommando, Platz. Letztes Kommando, rechts, gleich. Aki. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020